Aus dem SternTV-Studio zu uns reingerollt, Dieter Könnes. Hast du das schon mal gemacht irgendwie? Kein Mal, nein. Das ist Premiere? Du feierst mit uns hier eine Premiere? Total, ja. Anspannungslevel von 0 bis 10? 11. Sehr gut. Ich würde sagen, einmal drehen. Du weißt, pro richtige Frage gibt's 100 Euro. Los geht's. Ich krieg Fragen. Okay, ja. Also ich hab mich fest, ja. Du hältst? Ja, das wäre sinnvoll. Ja. Okay. Zehenspitzen runterdrücken. Und ich würde auf die Anweisung hier von unseren Flickflack-Kolleginnen vertrauen. Die haben das jetzt schon ein paar mal gemacht. Okay. Kritischer Blick? Ja? Und? Bist du bereit? Nenne uns mindestens zwei Spieler aus dem aktuellen DFB-WM-Kader. Zwei Spieler, Manuel Neuer und Thomas Müller. Sehr gut. Jon Snow ist der Hauptcharakter welcher Serie? Ich hab keine Ahnung. Game of Thrones? Ja, natürlich. Wo spielt unter uns? Wo? In welcher Stadt? In welcher Stadt, genau? Verdammt, Köln. Richtig. Wenn übermorgen Donnerstag ist, dann war gestern... Wenn übermorgen Donnerstag ist, dann war gestern Freitag. Ja. Ne, halt, Moment. Montag. Warte. Montag war ich auch gerade kurz verwirrt. Montag. Was besagt das deutsche Reinheitsgebot? Ich hätt gern jetzt, stand ein Kaffee im Bier. So, machen wir das. So, wir drehen dich kurz nach. Das waren wie viele Fragen? Auch vier richtig. Dieter, 400 Euro. Das war's wert, oder? Ich warte mal, bis das Blut wieder zurückläuft, okay? Ja, du hast gut Farbe gekriegt, auf jeden Fall. Ja, es war toll. Also, ich meine, 400 Euro für die Kinder. Das war großartig. Also, vielen Dank dafür. Vom Schmerzenpuffer und Tizzy Kids, vielen Dank nochmal an euch. Boah, Leute. Ja, du holst ja jetzt nach dem deutschen Reinheitsgebot gebrautes Bier. Ja, wie spät haben wir? Sind wir schon vier Uhr? Nach meiner Uhr schon. Es ist egal. Was ist gut. Danke.